Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Da bei euch die Videos mit den Prüfungssimulationen so gut ankommen, habe ich mir gedacht, wir machen heute wieder gemeinsam eine Vorprüfung. Dazu lasse ich wieder die 30 Fragen vorlesen und erkläre euch dann was dazu. Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen Sie dabei berücksichtigen? Schon beim Abbiegen haben sich ihre Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnt. Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher. Ja, das kennst du vielleicht im Sommer, wenn draußen es hell ist und du kommst in die Wohnung oder ins Haus zurück, dann siehst du erstmal gar nichts, weil sie deine Augen an diese Helligkeit gewöhnt haben. Und es dauert ein bisschen, bis sich die Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt haben und dementsprechend können auch die Hindernisse schlechter erkennbar sein. Okay, wir sind gleich in der Nähe von einem Bahnübergang. Das heißt, überholen ist hier nicht mehr erlaubt. Aha, da kommt ein Radfahrer und ein Auto dahinter. Ja. Okay, schauen wir mal, wie die Fragestellung hier lautet. Worauf stellen Sie sich in dieser Situation ein? Okay, wir sehen ja schon, dass der Pkw den Blinker links gesetzt hat. Das heißt, er möchte wahrscheinlich den Radfahrer hier doch überholen. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt ausscheren und die Straßenmitte überfahren. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. Also ich habe ja schon im letzten Video gesagt, wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Das ist übrigens auch eine Frage, die fünf Fehlerpunkte gibt. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Zwei von diesen Fragen und du kannst nach Hause gehen in der Prüfung. Genau, eins ist richtig. Also er wird höchstwahrscheinlich die Straßenmitte, also diese Leitlinie hier überfahren. Das ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Deswegen kreuzen wir das an. Alles andere wäre ja eher gut für uns. Und ja, das lassen wir weg. Weshalb ist es möglich, dass Fahrzeugführer das Zeichen Vorfahrt gewähren nicht wahrnehmen? Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtstraße. Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme, an der Kreuzung Vorfahrt zu haben. Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzungsbereich. Ah, okay. Da gibt es noch ein Bild dazu. Perfekt. Vorfahrt gewähren sehen wir hier vorne rechts. Genau. Also man könnte jetzt zum Beispiel meinen, weil diese Laternen hier so schön in eine Richtung zeigen, dass du auf einer Vorfahrtstraße bist. Die Kreuzung ist eventuell auch nicht zu sehen. Geparkte Autos, dann die Häuser am Rand und so. Und deswegen ist die erste, zweite und dritte Antwort richtig. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Unverändert weiterfahren. Geschwindigkeit vermindern. Bremsbereit sein. Also es geht um den Traktor auf der rechten Seite. Du siehst den Fahrer nicht, also sieht der Fahrer dich auch nicht. Bedeutet, er wird höchstwahrscheinlich auf die Straße rausfahren. Dementsprechend werden wir die Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit weiterfahren. Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen? An Seen. An Flussläufen. In Moorgebieten. Okay, also Nebel ist ja nichts anderes als Wasserdunst. Und dementsprechend alles, was mit Wasser zu tun hat, ob es jetzt ein See ist, ein Fluss oder ein Moorgebiet, das ist alles richtig. Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen sie sich verhalten? Unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Langsamer fahren und bremsbereit sein. Hupen und weiterfahren. Genau, also immer schön passiv eingestellt, langsam fahren. Jetzt ist so eine Sache nicht übertreiben in der Praxis, ja. Weil wenn du jetzt übertrieben langsam fährst, dann denkt dahinter man natürlich, ja, was will der Depp jetzt vor mir? Dann überhole ich dich halt und dann rennt das Kind auf die Straße. Das ist natürlich eher ungünstig. Aber für die Theorie natürlich immer langsam, bremsbereit. Auch hier wieder fünf Fehlerpunkte. Pass auf. Worauf müssen Sie sich einstellen? Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn. Auf Arbeiter- und Baugeräte auf der Fahrbahn. Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf. Also verschmutzte Fahrbahn, ganz klar. Wir sind im Bereich einer Baustelle. Dementsprechend verschmutzte und unebene Fahrbahn. Wir haben auch hier die Straßenbahnschienen. Dementsprechend ist die Fahrbahn uneben. Auf Baugeräte, das ist richtig. Polizei, die den Verkehr regelt, normalerweise nicht. Damit ist dann eher auf einer Kreuzung zu rechnen, wenn die Ampel ausgefallen ist oder so. Aber im Bereich einer Baustelle Polizisten, die den Verkehr regeln, eher weniger. Wie schätzen Sie die Situation ein? Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten. Ich kann unvermindert weiterfahren. Gut. Also wie gesagt, immer das Schlimmste ankreuzen. Das Schlimmste wäre, wenn die einfach auf die Fahrbahn rennt oder der, der das Motorrad oder Mofa da schiebt, irgendwelche Haken schlägt oder sowas. Okay, das musst du dir vielleicht ein bisschen bildlicher vorstellen. Du fährst auf einer Straße und du hast eine Straßenbahn. Wann darf ich diese Straßenbahn, beziehungsweise die Straßenbahn fährt ja immer in der Mitte der Straße. Das heißt, im Normalfall wird die Straßenbahn rechts überholt. Wann darf ich davon abweichen? Also wann darf ich die Straßenbahn auch links überholen? Dann müsstest du dir vorstellen, in einem normalen Straßenverkehr wäre ja links der Gegenverkehr. Das wäre eher nicht so gut. Also dürfte ich die Straßenbahn nur überholen, wenn ich keinen Gegenverkehr habe, zum Beispiel in einer Einbahnstraße. Oder wenn die Schienen so weit rechts liegen, dass ich höchstens links einer Straßenbahn vorbeifahren kann. Okay, auch hier wieder im Bereich von einem Bahnübergang. Aha, stockender Verkehr. Okay, wir müssen vor den Schienen, beziehungsweise hier vor dem Andreaskreuz stehen bleiben. Also da vorne gibt es stockenden Verkehr. Wir dürfen auf gar keinen Fall auf den Schienen zum Stehen kommen, weil man nicht weiß, wie lange das Ganze dauert. Irgendwann kommt dann noch der ICE und dann war es das. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich warte an den Schienen. Ich überquere vorsichtig die Schienen. Ich warte vor dem Andreaskreuz. Also wir warten vor dem Andreaskreuz. Was verlängert den Bremsweg? Fahren auf Gefällsstrecken. Mitführen eines ungebremsten Anhängers. Nasse oder glatte Fahrbahnen. Okay, also kurz gesagt, was sorgt dafür, dass dein Bremsweg länger wird? Fahren auf Gefällsstrecken, das bedeutet, es geht bergab. Ja, das ist richtig, denn die Masse, die schiebt ja. Mitführen eines ungebremsten Anhängers, das ist auch richtig. Du hast dann mehr Masse, die abgebremst werden muss. Das heißt, der Bremsweg wird auch länger. Und wenn die Straße nass oder glatt ist, dann verlängert sich auch dein Bremsweg. Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen sie sich besonders vorsichtig verhalten? Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen. Gegenüber Kindern. Gegenüber Taxifahrern. Das sind Kinder und Personen mit einer erkennbaren Behinderung. Gegenüber Taxifahrern nicht. Ja, da gibt es so einen Verhaltensvertrauensgrundsatz, der besagt, dass ich mich darauf verlassen kann, dass alle die Regeln kennen und einhalten. Aber dieser Vertrauensgrundsatz geht nicht gegenüber Kindern oder Personen mit einer Behinderung. Ein Polizeibeamter regelt den Verkehr auf einer Kreuzung, an der Vorfahrtregelnde Verkehrszeichen aufgestellt sind. Was gilt? Die Zeichen des Polizeibeamten. Die Vorfahrtregelnden Verkehrszeichen. Die Regel rechts vor links. Ja gut, da kennst du bestimmt diese Pyramide. Ganz oben steht der Polizeiofficer. Und egal, welche Farbe die Ampel zeigt oder welches Verkehrszeichen du hast, wenn der Polizist sagt, du musst warten oder du darfst fahren, dann musst du dich natürlich dementsprechend daran halten. Unter welchen Umständen dürfen sie an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren, um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen? Unter keinen Umständen. Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt. Genau, haben wir gerade gesagt. Was der Polizist sagt, geht vor dem Lichtzeichen. Ansonsten, wenn natürlich jetzt ein Rettungswagen hinter dir kommt und du musst den Platz machen, dann darfst du auch hier vorsichtig so ein bisschen über die rote Ampel fahren. Wie kann man bei gleichbleibender Geschwindigkeit kraftstoffsparend fahren? Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich. Durch Fahren im hochtourigen Drehzahlbereich. Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage. Also, hier steht mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Das heißt, du versuchst zum Beispiel, auf der Landstraße die 100 kmh zu halten. Wenn du das allerdings so ohne Geschwindigkeitsregelanlage oder ohne Tempomat machst, dein Fuß ist ja nie 100% so. Ja, also du zitterst ein bisschen und dementsprechend musst du das Auto auch immer wieder beschleunigen. Du sinkst mal runter auf 95 oder bist mal auf 100, 105 und dann musst du wieder runter vom Gas wieder beschleunigen. Das kostet natürlich viel Energie und wenn du das den Tempomaten machen lässt, dann senkt das den Kraftstoffverbrauch. So, dann fahren im hochtourigen oder fahren im niedertourigen Drehzahlbereich. Das ist vorher wie mit dem Fahrrad. Wenn du einen hohen Gang hast, dann musst du wenig strampeln, kommst schnell vom Fleck. Und wenn du einen niedrigen Gang drinnen hast, dann musst du viel treten, aber du bist nicht so schnell. Oder beziehungsweise für die gleiche Geschwindigkeit musst du mehr treten. Deswegen versuchen wir im niedrigtourigen Drehzahlbereich zu fahren. Wie verhalten Sie sich richtig? Okay, wir sind auf einer abknickenden Vorfahrtstraße. Wir wollen die Vorfahrtstraße nach links verlassen. Gegenüber von uns fährt auch ein grünes Fahrzeug auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Wir kreuzen uns mit dem. Ja, also wir verlassen die Vorfahrtstraße. Sieht man auch hier links unten. Wir haben den Blinker gesetzt. Dementsprechend müssen wir warten. Der Gelbe interessiert uns gar nicht, denn der hat ja bestimmt ein Vorfahrtgewehren oder Stoppschild. Auf jeden Fall ist er nicht auf der Vorfahrtstraße. Ich darf erst nach dem gelben Pkw fahren. Nein. Ich darf vor dem gelben Pkw fahren. Das ist richtig. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen. Und das ist auch richtig. Welches Verhalten ist richtig? Im Prinzip ähnlich. Wir verlassen die Vorfahrtstraße wieder. Rechts ist ein roter Pkw. Der bleibt auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Deswegen müssen wir ihn durchfahren lassen. Danach dürfen wir fahren. Der Gegenverkehr interessiert uns in dem Fall nicht, denn er hat ein Vorfahrtgewehren. Das sieht man auch hier an der Form. Also erst der rote, dann wir und dann der Lkw. Ich darf vor dem Lkw abbiegen. Ja. Ich muss den roten Pkw vorbeilassen. Richtig. Ich muss den Lkw durchfahren lassen. Nein. Und solche Fragen geben natürlich auch immer fünf Fehlerpunkte. Wer darf zuerst fahren? So, diesmal sind wir auf der abknickenden Vorfahrtstraße und bleiben auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Jetzt der Traktorfahrer möchte die Vorfahrtstraße verlassen. Das heißt, er muss uns zuerst fahren lassen. Und der rote interessiert uns wieder nicht, denn er ist nicht auf der abknickenden Vorfahrtstraße. So, wer darf zuerst fahren? Ich kreuze mal gleich an wir. Ansonsten gibt es nur zur Auswahl der rote oder der grüne. Und dementsprechend, wie gesagt, wir bleiben auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Also dürfen wir fahren. Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Das ist auf jeden Fall schon mal ein Gefahrenzeichen. Steine könnten auf der Fahrbahn liegen. Vorauswahrende Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen. Halten und parken ist zu vermeiden. Ja, also manche denken ja, dass man aufpassen muss, dass da nicht gleich eine Lawine runterkommt oder sowas. Also eine Steinlawine. Das passiert meistens nicht, wenn du da bist. Aber so ein paar Stunden vor dir zum Beispiel kann es sein, dass da was runtergekommen ist. Und dementsprechend könnte was auf der Fahrbahn liegen. Und dementsprechend könnten auch die vorderen Fahrzeuge vor dir plötzlich abbremsen. Halten und parken wäre natürlich zu vermeiden, wenn sowas passiert. Also kreuzen wir hier alle drei Antwortmöglichkeiten an. In welchem Fall müssen Sie vor diesem Verkehrszeichen warten? Andreas Kreuz haben wir ja vorhin gehabt bei dem Bahnübergang. Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen. Genau, das haben wir ja vorhin auch angekreuzt gehabt. Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt. Viele denken übrigens, dass das Andreas Kreuz bedeutet, dass da gleich ein Bahnübergang kommt. Das ist natürlich nicht richtig. Das müsste ja ein rotes Schild dreieckig mit der Spitze nach oben sein. Ein Gefahrenzeichen. Andreas Kreuz bedeutet, dass du dem Schienenverkehr Vorrang gewähren musst. Und dementsprechend musst du davor warten, wenn Einrichtungen wirkbar werden. Also sprich, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Oder wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiß Flagge schwingt. Oder wenn dieses Bimmelding da angeht. Oder dieses Blinklicht. Oder sich die Schranken schließen. Dann musst du vor dem Andreas Kreuz warten. Wie können Sie verhindern, dass ein Kind während der Fahrt eine hintere Tür öffnet? Ich aktiviere die Zentralverriegelung. Ich aktiviere die Kindersicherung der hinteren Türen. Zentralverriegelung schön und gut. Die lässt sich aber meistens von innen öffnen. Dementsprechend kannst du auch hinten eine Kindersicherung aktivieren. Warum dürfen Sie hier nicht überholen? Weil ich die Mittellinie nicht überfahren darf. Ich erkläre gleich was dazu. Die Mittellinie, also die Leitlinie, darf natürlich überfahren werden. Wenn du eine durchgezogene Linie hättest, dann dürftest du sie nicht überfahren. Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte. Ja, das wäre richtig. Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist. Und das ist auch richtig. Also wir befinden uns ja hier in einer Kurve. Das heißt, wenn wir jetzt hier in den Gegenverkehr ausweichen. Und da kommt ein Fahrzeug entgegen. Oder ein Fahrrad oder irgendwas. Oder ein Motorrad. Dann hätten wir keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Also 2 und 3. Was unterscheidet reine Elektrofahrzeuge von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor? Reine Elektrofahrzeuge haben einen geringeren Luftwiderstand. Reine Elektrofahrzeuge haben keinen direkten Schadstoffausstoß. Reine Elektrofahrzeuge haben ein geringeres Motorgeräusch. Also das mit dem Luftwiderstand ist Quatsch. Es kommt ja immer darauf an, welches Auto das ist. Wie das halt gebaut worden ist. Sie haben keinen direkten Schadstoffausstoß. Das ist richtig. Und das Motorgeräusch ist meistens leiser als bei einem Verbrennungsmotor. Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? Tageskilometerzähler. Innenspiegel. Außenspiegel. Sitz. Kopfstütze. Sicherheitsgurt. Das kennst du bestimmt aus der Fahrstunde. Du stellst dir immer den Sitz und die Spiegel ein. Tageskilometerzähler macht der Fahrlehrer meistens immer am Anfang des Tages. Um sein Fahrtenbuch zu führen. Das musst du natürlich nicht machen. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Okay, also wir sind auf einer Allee unterwegs. Allee, links und rechts Bäume. Wir haben ein Spiel aus Sonne und Schatten. Das kann mit der Zeit ziemlich irritierend wirken. Die Geschwindigkeit sollte wegen der Sichtverhältnisse angepasst werden. Ja. Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert. Genau. Also kannst du dir vorstellen, wenn du da fährst und die Sonne richtig stehst und dich blendet die Sonne und dann ist die Sonne auf einmal wieder weg durch den Schatten. Und dann kommt die Sonne wieder und helldunkel, helldunkel, helldunkel. Das macht dich irgendwann total kirre. Der ständige Wechsel von Licht und Schatten erschwert es, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen. Okay, also hier kreuzen wir alle Antwortmöglichkeiten an. Gut, wir haben hier einen Stau. Hinter uns kommt auch gleich der Rettungswagen. Die Rettungsgasse muss gebildet werden. Und zwar zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen. Bedeutet also, wir müssten so weit rechts wie möglich fahren. Und der Rote vor uns natürlich auch. Das macht er leider nicht richtig. Schauen wir mal, wie die Frage gestellt ist. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten? Genau, also es geht um die Rettungsgasse. Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst in der Mitte. Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst weit nach links. Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst weit nach rechts. Also wir fahren möglichst weit rechts, denn bei drei Fahrstreifen wird die Rettungsklasse immer zwischen dem linken und dem mittleren gebildet. Sie möchten Ladung auf dem Dach Ihres PKWs transportieren. Welchen Einfluss hat dies auf das Fahrverhalten Ihres PKWs? Der Bremsweg verlängert sich. Genau, also hier haben wir wieder mehr Masse. Dementsprechend verlängert sich auch der Bremsweg. Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab. Die Seitenwindempfindlichkeit nimmt ab. Aufpassen mit ab und zu. Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab. Das ist richtig. Also wir beschleunigen nicht mehr so gut, weil wir auch wieder mehr Masse haben. Also haben wir einen längeren Bremsweg und brauchen auch länger zum Beschleunigen. Die Seitenwindempfindlichkeit nimmt ab. Das stimmt nicht. Wir haben mehr Angriffsfläche für den Wind. Und dementsprechend, wenn wir zum Beispiel da auf einer Brücke fahren, wo ja viel Wind ist, dann fungiert es sozusagen die Ladung als Segel und dann nimmt die Seitenwindempfindlichkeit nicht ab, sondern zu. Also das hier kreuzen wir nicht an. Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 Meter Sicht. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren? Ha, Fangfrage. Also Nebel auf der Autobahn, Autobahn hin und her, Nebel 50 Meter Sicht. Das heißt, du musst die Nebelschlussleuchte anschalten. Und wenn du die Nebelschlussleuchte anschalten musst, dann darfst du auch nicht schneller als 50 kmh fahren. Achtung, ich habe damals, das weiß ich noch, als ich einen LKW-Führerschein gemacht habe, habe ich so eine ähnliche Frage gehabt. Es gibt nämlich die Nebelschlussleuchte und es gibt die Nebelscheinwerfer. Und die Scheinwerfer, die darfst du nicht oder musst du nicht nur bei Nebel anschalten, sondern bei Regennebel und Schneefall darfst du die benutzen. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Sachen mit den 50 Metern und 50 kmh oder nicht und vorne und hinten. Und ja, hat mir halt damals drei oder vier Fehlerpunkte eingebracht. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, damit dir sowas nicht passiert, denn die Punktezahl, die läppert sich ja ganz schnell, wie du gesehen hast. Schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Da kommst du zum Videokurs und da habe ich ein ganzes Thema nur von der Beleuchtung gemacht. Also alle Fragen, die du in der theoretischen Prüfung zum Thema Beleuchtung bekommen könntest, sind auch mit im Videokurs integriert. Was sollten Sie beim Nachfüllen von Motoröl beachten? Ich verwende Motoröl nach der Spezifikation des Fahrzeugherstellers. Ich fülle das Motoröl bei laufendem Motor nach. Gott, mach das bitte nicht. Ich überschreite den maximalen Füllstand nicht. Gut, also natürlich laut des Herstellers und wenn da Maximum steht, dann bitte auch nicht über Maximum drüber und schon gar nicht bei laufendem Motor. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie geradeaus weiterfahren wollen? Abbremsen und dem Vorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen. Den Vorausfahrenden durch Hupen darauf hinweisen, dass er so kurz vor der Kreuzung nicht den Fahrstreifen wechseln darf. Die anderen Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen überholen, weil die Ampel grün zeigt. Okay, also die mittlere und letzte Antwort, die hört sich schon ziemlich dubios an. Wir kreuzen nur die erste Antwortmöglichkeit richtig an. Ja, mit Fehlern der anderen rechnen und nicht aus deinem eigenen Recht beharren. Genau. So, jetzt haben wir alle Fragen angekreuzt. Dann gehen wir mal den Bogen ab und schauen, ob wir die Prüfung bestanden haben. Ja, wieder mal mit null Fehlerpunkten. Wunderbar. Also, wie gesagt, falls du noch Hilfe benötigst für deine theoretische Prüfung, dann schau unten in der Videobeschreibung. Es gibt einen Videokurs, den ich erstellt habe, extra mit den Fragen, die auch in deiner theoretischen Prüfung drankommen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, dass du deine Theorieprüfung mit einer Audio-Unterstützung machen kannst. Das heißt, du kannst, so wie ich, die Fragen und Antworten anklicken, bekommst dann ein Headset in der Prüfung und die werden die Fragen und Antworten vorgelesen. Und dazu habe ich sogar ein Hörbuch sprechen lassen. Findest du auch unten in der Videobeschreibung, erster Link. Und da werden dir auch die passenden Antworten zu den Fragen dann vorgelesen. Gut, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und natürlich den Kanal abonnierst, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann.